Golf spielen für einen guten Zweck. Am Samstag, den 13.07.2019, beim Golfclub Mangfaltal in Verkirchen-Westerham. Organisiert vom Bayern-Fanclub die Filigranen. Die Erlöse kommen dem ambulanten Kinderhaus Piez München zugute. Bereits zum fünften Mal mit mehr als 100 Teilnehmern. Verteilt auf zwei Startzeiten um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr. Sowie kostenloses Schnuppergolf für alle Interessierten. Siegerehrung im Rahmen der legendären Abendveranstaltung mit Liveband und 100 Litern Freibier. Kommt vorbei zum Schnuppergolf oder zur Abendveranstaltung am 13. Juli im Golfclub Mangfaltal. von Tod16. đượcンド verursachen categorische